Da 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 Die Superfunk nennen sie durch den Superbohrer. Hey, gibt's denn hier keine anständige Mucker? Ich hab ne olle Kuh zu Hause. Ich brauch deinen Mistnisch auch noch. Hab ich dir! Letzte Störbung in 5, 4, 3, 1, 2 Ich kann alle präparieren. Solange das solle Ding nicht auseinanderfällt. Hast du gehört, Baby? Du bist auseinanderfallen. Was riecht an? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Ja. Ganz große Klasse. Das ist doch verrückt. Was willst du machen? Das ist der Plan. Na? Sind uns die Marines ausgegangen? Bin schon unterwegs. Los, los, los! Abmarschbereit. Kannst kaum noch erfahren. Kommt noch was? Kannst kaum noch erfahren. Dummerweise hab ich keine K... Ach, was soll's. Das einzige, was du fühlen solltest, wenn du einen Gegner abknallst, ist der Rückstoß. Schon mal aufgefallen, dass keiner jemals in die Kaserne zurückkehrt? Mann, bin ich paranoid? Oder verfolgt mich dieser Sanitäter? Dieses eine Mal im Ausbildungslager... Ach... Ach... Ich kann absolut nix sehen. Ah, viel besser. Entschuldigung. Ich, äh... Muss mal rülpsen. Ein Tag ohne Blut ist wie ein Tag ohne Sonnenschein. Und ich steck immer noch in der Affen... fest. Äh... Ich, äh... Müsste mal für kleine Space Marines. Hallo? Kann mir mal einer zeigen, wie das Ding hier aufgeht? Ich kann machen, was ich will. Ich lande immer wieder hier. Das hier ist mein C-14 Gauss-Gewehr. Es gibt viele andere, aber dieses ist meins. Ich dachte, ich komm mal vorbei, dreht ein paar Leuten in den Hintern und kaue Kaugummi. Durchgeladen und entsichert. Die kaufe ich mir. Wie schmeckt euch das? Feuer frei! Geht drauf! Zeitverschwendung. Einfach Bescheid geben. Ich hab so viel Liebe zu geben. Sag an, man. Wieso heißt das eigentlich Kleinholz? Na klar hab ich alle fünf Finger. Drei an dieser hier, zwei an der anderen. Baby, bei dir brennt mir echt die Sicherung durch. Boah! Verdammt! Vorzeitige Detonation! Vorzeitige Detonation! Baby, tun dir nicht die Füße weh, wenn du mir den ganzen Tag durch den Kopf gegangen bist. Was ist dein Sternzeichen, Baby? Meins ist Schütze. Ich bin so sexy. Manchmal mach ich mich sogar selbst an. Ja, das ist tatsächlich ne Granate in meiner Hose. Lasst mich hier nicht verrotten! Zeitverschwendung! Nehmt sie einfach weiter! Lassen wir es klassen! Schickt sie zur Hölle! Ja! Ich hab jetzt gleich ein Granate! Soll ich irgendwas umlegen? What's it worth? Was liegt an? What's it worth? Der Tod kommt von oben. Wir Rächer leben immer am Limit. Verdammt! Ich hab keine Stip-Packs mehr. Diese Düsen rasten mir den Arsch! Ich hab keine Zeit zum Bluten. Eines Tages werd ich mich rächen. Ich bringe den Tod! Und die Pizza in 30 Minuten! Oder sie ist kostenlos! Ich mache tote Menschen. Wenn es blutet, können wir es töten. Bis nach Tarsones! Und noch viel weiter! Und ich dachte auf dem Anmeldeformular stand Braucher. Nun hab ich den Salat. Völlig losgelöst von der Erde! Oh, du bist lustig! Deswegen werde ich dich als letzten töten! Fürchte den Tod! What? You want something? Los geht's! Ich hab ein bisschen Spaß! Sieh! 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 Okay! Einzelkämpfer! Klar! Brauche Lagebericht! Los! Wie bitte? Buh! Nukula! Nukula! Das Wort heißt Nukula! Wer Wind zählt, wird Sturm ernten. Knapp vorbei ist auch daneben. Außer bei Nuklearraketen. Ich glaube, weibliche Ghosts haben schickere Ausrüstung. Hast du das gesehen? Ganz genau! Ich kenne keinen Schmerz! Die Voraussage für heute ist... Bombig! Relativ hohe Wahrscheinlichkeit von Pilzwolkenbildung. Ich sehe lebendige Menschen. Ich sehe tote Menschen. Wenn ich eine vom Krieg unberührte Welt sehe, eine unschuldige Welt mit klaren Flüssen und weiten Wäldern, dann möchte ich sie am liebsten dem Erdboden gleich machen. Raus damit! Los! Das wird eine hübsche Überraschung! Bewegung! Jawohl! Klingt gut! Klingt gut! Klingt gut! Klingt gut! Klingt gut!